Hallo, hallo, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Ja, in diesem heutigen Video erzähle ich dir, wie du all deine Wünsche, Träume gleichzeitig manifestieren kannst. Und alles gleichzeitig manifestieren kannst du, weil alles bist du, du bist alles, alles entspringt in dir. Und es ist ja jetzt schon so, dein ganzes Leben, jeder Lebensbereich, jede Situation, die du im Hier und Jetzt gerade festlegen kannst, wie so ein Blitzbild, wie so ein Dir, hast du manifestiert. Und das hast du ja auch nicht eins nach dem anderen manifestiert, sondern es ist ja jetzt gleichzeitig da. Und genauso gibt es die Realität, in der gleichzeitig die Dinge, alle Situationen so sind, wie du sie haben willst. Also Manifestation ist eigentlich immer gleichzeitig, wenn du wirklich verstehst, dass du Realität bist. Du bist die Realität, die du hast und genauso kannst du die Realität sein, die du haben möchtest. Wir haben so viele unendliche Realitäten zur Auswahl und jede Realität, in der du hier jetzt gerade bist, ist erfüllt. Das, was du jetzt gerade erlebst, bist du in deinem erfüllten Endzustand. Jetzt ist die Sache nur so, es fühlt sich nicht nach Erfüllung an. Erfüllung ist für dich was anderes. Du kriegst es nicht her, dieses Gefühl. Ich bin erfüllt. Ich bin absolut mit nichts mehr im Mangel. Ich brauche nichts mehr. Es ist alles da. Es ist erfüllt. Meine Traumpartnerschaft ist da. Mein Traumbusiness ist da. Mein Traumbankkontostand ist da. Ich bin erfüllt. Und genau dieser Zustand ist der Zustand, den es gilt zu erreichen, damit gleichzeitig eben Geld da ist, Traumliebe da ist, Traumstrände da sind, Traumreisen da sind, Traumklamotten da sind, Traumgespräche da sind, etc. Das alles bist du. Das alles kommt aus dir heraus. Und das, was jetzt gerade aus dir herauskommt, entspricht eben genau dem Match deiner Gedanken, die du hier und jetzt noch an den Tag legst, für die Dinge, die du wahrnimmst. Also wie du deine finanzielle Situation wahrnimmst, wie du deine Beziehung wahrnimmst, wie du dein Aussehen wahrnimmst, wie du deine Gesundheit wahrnimmst. Das ist alles ein Match. Das bist alles du im jetzigen Moment. Aber du kannst jederzeit deine Identität shiften, indem du deine Ansichten shiftest. Und zwar nicht deine Ansichten im Sinne, ich sehe im Außen etwas, sondern deine Ansichten von, ich sehe im Außen etwas und ich habe eine Meinung darüber. Und diese Meinung, diese Ansicht, diese Überzeugung, die muss ganz tief in dir geboren werden, aus deinem Divine Design. Weil die Realität, die jetzt geboren wurde, die wurde nicht aus Divine Design Ansichten, aus deinem Divine Mind heraus geboren. Die wurde geboren aus einem Menschendenken, dass Dinge nicht möglich sind, dass unsere Welt anhand von Bedingungen, logischen Zusammenhängen, wenn dann und anhand einer zeitlichen Abfolge entsteht. Aber das ist nicht richtig, weil Energie interessiert sich 0,0 für Logik, für Analyse, für Zeitreihe. Energie ist einfach da, jetzt und hier. Und die Energie des erfüllten Wunsches, die ist für dich jetzt und hier hundertprozentig zugänglich. Und aus diesem Grund kannst du eben auch alles gleichzeitig manifestieren, gleichzeitig haben, weil es nur darum geht, dass du in diese Identität einsteigst, die für dich der Match ist mit dem, was du haben willst. Und dahinter steht ein klares Konzept. Es ist wirklich eine Arbeit, die du zu tun hast, wo du dir ganz genau klar machen musst. Wenn ich ein Match bin, wenn meine Identität ein Match ist zu dem, was ich erleben will, zu meiner Bubble Love Liebesbeziehung, dann kann ich nicht jemand sein, der sich schämt oder der seine Gefühle nicht zeigen kann oder der sich Gedanken darüber macht. Was sagen die anderen dazu, wie kommt es im Außen an, wenn ich hier mein Glück so zelebriere und so weiter und so fort. Das muss alles angepasst werden, das muss alles stimmig werden, das muss ein Match werden. Und gleichzeitig kannst du nicht in irgendeinem Gegensatz zu dieser Person stehen, wenn du Geld haben möchtest, wenn du reich sein möchtest, wenn du Projekte hast, wenn du ein Beitrag sein möchtest, wenn du Leute motivieren willst. Kann es auch nicht sein, dass du jemand bist, der sich zurückhält und vielleicht ein bisschen ein Understatement macht oder sich überlegt, kann ich das jetzt so sagen, wie sage ich es denn besser? Das funktioniert eben auch nicht, das steht auch wieder im Widerspruch. Und wenn du das ganze Ding in dir zu einem erfüllten, sorglosen, sorglosen, ich mache mir keine Sorgen, es ist ja alles da, sorglosen Zustand zusammenbringst. Denn du tief, tief, tief in dir fühlst, weil die Gedanken sind die Auslöser für die Gefühle und diese Gefühle wiederum sind die Auslöser für die manifestierte Realität im Außen. Und dass du dahin kommst, das ist diese Arbeit und es ist eine konzeptionelle Arbeit am Anfang, weil diese Gedanken, weil diese Rückschlüsse, die müssen dir erstmal klar werden. Du musst klar werden, weil du kennst es nicht, du hast es noch nie erlebt. Du musst es dir zusammensetzen wie ein Lego-Baustein, wie eine Barbie-Welt. Du musst es dir vorstellen, your imagination is God, is reality, du bist Realität. Und genau um das geht es, um dieses Konzept. Und das ist etwas, was ich dir anbieten kann, wobei ich dir jetzt helfe. Wir starten mit Divine Design, Identity Mastermind, zu einem mega, mega Hammerpreis. Wir machen diese Arbeit drei Monate lang. Wir erstellen das Konzept, wir schauen, wie soll es aussehen, was steht noch dagegen, was kannst du nicht glauben. Und dann kommt es rein in dich, in deine emotionale Welt, durch die Gedanken, die du lernst zu wählen, durch diese Ansichten, die du lernst zu wählen. Und dann pushen sich die Sachen aus in die Realität, dann lebst du in dieser Realität. Dann bist du es, dann bist du der erfüllte Wunsch, dann hast du alles auf einmal. Und genau darum geht es, es kommt aus dir raus, aus deiner Identity. Wähle meinen Support. Du sparst so, so viel Zeit. Du kannst dir alles selber zusammenbasteln. Du kannst auch selber ein Haus bauen. Du brauchst keine Experten, du brauchst keine Spezialisten. Aber wie lange dauert es? Und wie qualitativ hochwertig ist es? Wie oft musst du nachbasteln? Wie oft musst du wieder etwas verändern, weil du hast es von Anfang an dir nicht richtig zusammensetzen können? Du hattest nicht die Vorstellung. Deswegen brauchst du einen Architekt, der sagt dir, dass du das umsetzen kannst. Deswegen brauchst du einen Sanitärspezialisten, der dir sagt, wie die ganzen Wasserleitungen zu legen sind. Dann brauchst du einen Experten für die Elektrik, Elektronik, was auch immer. Und wenn du es gelernt hast, mit diesen Experten, diese Expertenmeinung für dich zu akzeptieren, dann sparst du so viel Zeit und du hast dein Traumhaus, deine Traumwelt in diesem Falle, deine Traumrealität, deine Traumidentität. So was von viel, viel schneller und direkt auf dem Niveau, wo du es haben willst. Du bastelst nicht erst eine kleine Hütte, die du wieder weiter ausbaust, bis du deine Traumvilla hast. Nein, du kannst sofort dahin stechen. Aber du brauchst Vorstellungen, die dir das erlauben können. Und vor allem brauchst du den freien Kopf. Und den haben die meisten Menschen nicht. Ich mache dir den Kopf frei. Ich lüfte dir deine Beschränkungen und lasse dich eintreten in die Vorstellung der unbeschränkten Möglichkeiten. Wir arbeiten drei Monate zusammen an deiner Divine Design Identity. I am. I am mein Leben. Ich liebe mein Leben. Ich liebe mich. Ich liebe alles, was ich realisiere. Ich liebe meine Projekte. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe meinen Liebhaber. Ich liebe meine Familie. Ich liebe einfach all das, was da ist in meinem Leben. Das sollte das Endergebnis sein. Wenn du diese drei Monate mitgehen willst, im Moment kostet diese Mastermind 4000 Euro für drei Monate. 4000 Euro für dein neues Leben. Es ist für die Leute, die wissen, was es wert ist. Es ist für die Leute, die wissen, was Zeit in unserer linearen Zeitrechnung bedeutet. Und es ist für die Leute, die nicht sparen wollen für andere Dinge, sondern die hier und im jetzt wissen, dass das, was ich mir jetzt kreiere, das zahlt sich so viel aus. Ich kann überhaupt nicht sagen, in wie viel zigfachen Geldwerten das zurückkommt, wenn du dich für dich selber kommittest. Das ist mein Angebot, 4000 Euro im Moment. Es wird steigen bis 7500 Euro für diese drei Monate. Ich werde den Preis variieren. Bis Ende Juli wird es teurer und teurer und teurer. Also steige jetzt ein und bis zu meinem Geburtstag am 24. Juli kriegst du noch 1 zu 1 Coachings mit mir gratis dazu. Eins pro Monat. Nur du und ich zusätzlich zu den Mastermind Calls, zusätzlich zu den ganzen anderen Ressourcen von Kursen, Online-Kursen, Online-Teachings, die ich dir damit zur Verfügung stelle. Das ist mein Geburtstagsgeschenk für dich. Melde dich an, wenn du es bist, wenn ich mit dir rede, wenn du nicht derjenige bist, die sagt, so ein Blödsinn, das mache ich alles alleine, darfst du gerne tun. Aber ich bin hier denen zu helfen, die gerne meinen Support haben, die es genießen, die sich freuen, mit mir zusammen ihre grandiose Welt, ihr grandioses Leben zu generieren und zu kreieren. Wir sind hier immer noch auf dem Weg zu 2000 Abonnenten auf diesem Kanal. Also liken, kommentieren und bitte teilen. Diese Message ist so, so wichtig. Ich liefere Content, der Leben verändert. Ich liefere Content, der die Menschheit befreit von allen Bedingungen. Ich muss noch und ich kann nicht, wenn nicht und ich brauche noch und so weiter und so fort. Nein, ich kann jetzt hier und jetzt. Ich bin der Schöpfer. Und ich brauche keine Erlaubnisgeber mehr von außen, um mir erlauben zu können, das zu haben, das zu leben, was mir gefällt in dieser Welt. Also, Teile, wir sind hier auf einem Moment, die absolute Freiheit der Schöpfung, der Kreation, der Manifestation. Alles ist möglich. Niemand muss leiden. Niemand muss morgens mit Mangelgedanken aufstehen. Alles ist jetzt schon da, wenn du da bist. I am Divine Design. Ich bin die Identität, die meine Welt regiert. Das bin ich. Und ich trete in meine Power. Und genau darum geht es. You can do it. You have to be it. Wir sehen uns bald. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.